Nach über einem Jahr Pandemie ist die Rückkehr zur Normalität zum Greifen nahe. Reisen in ferne Länder oder zum Wirt ums Eck oder ein Konzertbesuch, das alles soll der grüne Pass ermöglichen. Die 3G-Regel wird also zur Eintrittskarte für ein mehr oder weniger wieder normales Leben. Aber wie viel Freiheit ermöglicht diese Pandemie und wie problematisch ist der grüne Pass auch im Hinblick auf Datenschutz? Darüber sprechen wir nun und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast, den Geschäftsführer der netzpolitischen Bürgerrechtsorganisation Epicenter Works, Thomas Lohninger. Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Ich möchte gern zu Beginn mit einem Beispiel beginnen, nämlich mit dem Beispiel Taiwan. Das hat letztes Jahr die Regierung einen sogenannten digitalen Zaun ermöglicht, also das heißt ein System zur Überwachung von Quarantänemaßnahmen. Da hat die Gesundheitsbehörde auf die Handyortungsdienste von Bürgerinnen zugreifen können. Da wurde auch der Standard von den infizierten Personen bestimmt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand von dort ausgebrochen ist aus der Quarantäne, hat der dann eine Meldung auf das Handy bekommen, er soll sich wieder zurück in die Wohnung begeben. Wenn er das nicht gemacht hat, ist dann die Polizei gekommen. Damit hat Taiwan eigentlich mehr oder weniger im Kampf gegen die Pandemie hier schon sehr viel dadurch in den Griff bekommen und auch Singapur und Südkorea haben das mehr oder weniger das Gleiche gemacht und gelten hier auch als Vorbilder im Kampf gegen die Pandemie. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, da haben wir den Datenschutz. Das sagen dann viele, eigentlich ist dieser Datenschutz eine Behinderung bei der Pandemiebekämpfung. Wie sehen Sie denn das? Also grundsätzlich das Beispiel, was Sie gebracht haben mit Taiwan und da gibt es auch andere wie China oder Russland. Ja, in diesen Ländern wurden einfach bestehende Antiterrorgesetze und Überwachungstechnologien wie Handyortungen in der Pandemie verwendet und natürlich kann man damit perfekt auch große Mengen von Menschen überwachen, kontrollieren. Und wenn man die Menschen überwacht, überwacht man auch das Virus, das ist klar. Die Frage ist halt, ist das wirklich auch etwas, das wir in Europa, in Österreich, in einer liberalen Demokratie mit Grundrechten haben wollen und was das eben tun würde. Weil wenn wir einmal diese Pandoras-Büchse öffnen, dann haben wir da Technologie geschaffen, die sehr wahrscheinlich nicht mehr wegbekommen, nicht mehr weggeht. Und das ist ja auch gerade in der Phase, hoffen wir mal, dass wir am Ende der Pandemie sind, das Wichtige, dass wir jetzt hier nicht dauerhaft die Norm verschieben, dass wir nicht nachhaltig Freiheiten verlieren, sondern dass all die Einschränkungen, die wir jetzt in der Pandemie hinnehmen mussten, auch wieder zurückgenommen werden, jetzt wo diese Gefahr gebannt ist, hoffentlich. Aber trotzdem kann man ja sagen, Herr Lohninger, wir befinden uns mehr oder weniger schon in einem Dilemma, weil man will die hohen Datenschutzstandards einhalten, also die sollen eingehalten werden. Zugleich will man ja auch Wissenschaftlern die Datenbasis zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stellen, also einerseits so, andererseits so. Was ist denn dann eigentlich der richtige Weg? Naja, das Ding ist, Datenschutz ist halt wirklich in einer Informationsgesellschaft ein ganz wichtiger Wert geworden, ohne dem es einfach keine Entscheidungsfreiheit gibt, ohne dem am Ende auch keine Demokratie möglich ist, weil ich brauche diesen Rückzugsort, wo ich mich entscheiden kann. Das ist im Kleinsten die Wahlkabine, wo mir niemand über die Schulter schauen darf, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich dort, wo sich Menschen organisieren, wo sich Meinungen bilden. Und natürlich auch die Freiheiten der Medien. Es gibt ja auch ein Redaktionsgeheimnis und einen Quellenschutz. Überall dort haben wir auch schon Datenschutz und wir haben gelernt, auch über eine sehr lange, schwierige Geschichte, dass diese Werte wichtig sind. Natürlich könnte man gewisse Dinge effizienter machen, wenn wir uns darum nicht mehr kümmern würden. Und wenn wir wie in China einer Partei oder einer Macht vertrauen, die dann alles für uns regelt. Aber das wäre halt keine freie Gesellschaft mehr. Und ich sage auch nicht, dass Datenschutz einfach ist. Gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Beispiel in der Wissenschaft muss man wirklich sehr genau hinschauen. Wie kriegt man diese zwei Dinge zusammen? Es ist legitim, dass wir Forschung über diese Daten machen. Es ist aber auch legitim, dass ich nicht will, dass in einer staatlichen Datenbank meine sensiblen Gesundheitsdaten gemeinsam mit meinem Bildungsstatus, meinem Reha-Aufenthalt, mit dem wie viel ich verdiene und anderen Bildungsinformationen zusammengeworfen werden. Da muss man auch sagen, da muss uns etwas Besseres einfallen. Und diese Diskussion, die müssen wir jetzt auch führen. Da sind wir total bereit dafür. Die erste, simpelste Lösung ist halt wahrscheinlich nicht die richtige. Also zum einen geht es um den Datenschutz, zum anderen aber auch im Zuge der Pandemie, dass man gewisse Daten auch den Wissenschaftlern überlässt. Was ist denn dann, Sie sind ja auch Experte auf diesem Gebiet, was ist denn dann Ihrer Meinung nach überhaupt das beste Mittel, wenn es um Pandemiebekämpfung geht, national und auch international gesehen? Also das beste Mittel, das ist jetzt eine große Frage. Also ich glaube, dass ganz viele der Dinge, die uns am Ende geholfen haben, waren etwa ganz klar Wissenschaft. Deswegen haben wir heute eine Impfung, worüber wir alle heilfroh sein können. Oder es ist eben das, was wirklich was geholfen hat in der Pandemie, waren eigentlich die Maßnahmen, die andere mehr schützen als mich selber. Genauso auch die Masken. Das ist ja auch etwas, das man da tut, wo man enden zusammensteht, um auch nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu schützen. Also ich glaube, man kann vielleicht auch die Lehre aus dieser Pandemie ziehen, dass das Ganze eine Übung in Solidarität war. Und ja, am Ende des Tages glaube ich, dass es auch einen Schub in Richtung Digitalisierung gegeben hat. Also dass auch durch die starke Abhängigkeit, die offensichtlich wurde, in unserem Bildungssystem mit Distance und E-Learning, in unserem Wirtschaftssystem mit dem Homeoffice, dass wir jetzt auch alle gelernt haben, wie verdammt abhängig wir von der Technik sind. Und wie wichtig es ist, dass wir Technik haben, der wir vertrauen können. Und genau da müssen wir, glaube ich, auch mal wirklich ehrlich sein, was sind unsere Abhängigkeiten? Sowohl von den USA wie von China. Was heißt denn irgendwie ein europäisches, ein österreichisches Internet oder ein Smartphone-Betriebssystem? All die Dinge, wo wir heute keine Wahl haben und im Digitalen, da sollten wir Alternativen schaffen, die sich an unseren Werten und an unseren Grundrechten orientieren. Oft haben wir ja heute gar keine Wahlfreiheit. Wenn man sagt, ja, aber ich verwende es doch alle Facebook. Naja, wo ist die Alternative dazu? Also hier geht es auch darum, den Leuten wieder eine Wahlfreiheit zu schaffen, damit sie selbstbestimmt im Digitalen sind. Weil das sind wir leider in vielen Dingen heute nicht. Weil Sie das gerade angesprochen haben, Datenschutz ist eine schwierige Sache. Aber ja, wir alle verwenden natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie verstärkt den Laptop oder auch das Handy. Wie kann man sich denn da dann sicher sein, dass man überhaupt das richtige Programm dann gewählt hat? Das ist eine ganz große Frage. Also es gibt durchaus viele Konsumentscheidungen, wo man Dinge richtig oder falsch machen kann. Das beginnt bei den Messengern, die ich verwende, um in der Familie, mit meinen Freunden oder auch in der Klasse oder im Beruf, mich in anderen auszutauschen. Und klar, da gibt es WhatsApp. Das kennen viele. Weniger Leute wissen, dass es das Signal gibt als eine gute Alternative. Die ist auch gratis, aber eben nicht von Facebook, sondern von einer gemeinnützigen Stiftung. Und die respektiert meine Privatsphäre und meinen Datenschutz. Da muss ich nicht mein Adressbuch an Facebook hochladen. Und das ist so ein kleiner Schritt, den man setzen kann. Dass man einfach sagt, na, ich verwende den anderen Messenger zumindest alternativ dazu. Und dann habe ich gewisse Informationen, die ich halt auf Signal kommuniziere, weil es ein bisschen heikler ist, weil es mehr in die Intimsphäre reingeht, weil es zum Beispiel in einer Beziehung oder in einem anderen Verhältnis ist, wo ich nicht will, dass das nachher von irgendeinem Kommunikationspartner auf dessen Handy noch gefunden werden kann. Das ist das eine bei den Messenger-Diensten dann. Die große Frage, was ich in all meinen Workshops immer sage, ist Suchmaschinen. Jede Frage, die sie Google stellen, ist eine Antwort über sich, die sie Google schenken. Und es gibt gute Alternativen zu Google. Die haben zwar eine marktbeherrschende Stellung von 90, 98 Prozent in Europa, aber es gibt Startpages, es gibt DuckDuckGo, es gibt Ecosia zum Teil. Also da sind gute Alternativen am Markt, die man einfach verwenden kann. Und ja, das sind so die einfachen Beispiele. Wenn Sie mich dann fragen, was ist ein gutes Smartphone-Betriebssystem, wird es schwieriger. Wenn man nicht selber ein Nerd ist oder sich wirklich da reinfuchsen will, gibt es keine einfachen Alternativen, die man auch der eigenen Oma empfehlen könnte. Und die braucht es aber. Also ganz klar, auch die Oma hat ein Recht auf Datenschutz. Herr Lohninger, jetzt sind wir da ein bisschen abgetrifftet. Ich würde gerne mit Ihnen noch zum Grünen Pass sprechen. Der sollte jetzt eigentlich in Österreich schon vorhanden sein. Das wird jetzt aber wahrscheinlich sich um eine weitere Woche noch handeln. Da müssen wir warten. Der Grüne Pass sollte ja eigentlich mehr oder weniger eine Rückkehr zur Normalität bieten. Ursprünglich war auch geplant, dass dabei sensible Daten im epidemiologischen Meldesystem gespeichert werden, wie zum Beispiel Erwerbsleben, Einkommen, mögliche Arbeitslosigkeiten, Bildungsweg, auch Krankenstände sollten da ursprünglich gespeichert werden. Jetzt ist das aber erstmals vom Tisch. Sehen Sie da trotzdem noch bei diesem Grünen Pass irgendwelche Sicherheitsbedenken? Also datenschutzrechtliche Bedenken haben wir nicht mehr. Da wurde wirklich nachgebessert im Parlament. Wir haben da zuletzt auch noch heftiger Kritik geübt und waren nicht alleine damit. Auch Statistik-Austria, Datenschutzrat und der Dachverband der Sozialversicherungsträger, um nur einige zu nennen, haben sich in der Begutachtung mit uns sehr kritisch geäußert. Aber da wurde wirklich nachgebessert. Und deswegen haben wir das Epidemiegesetz mit dem Grünen Pass am Ende auch begrüßt. Auch, wie Sie sagen, diese super Datenbank ist auch entfernt worden. Das heißt, datenschutzrechtlich sind wir auf der sauberen Seite. Wie es technisch ausschaut, kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Weil Österreich immer noch nicht ganz transparent ist, wie dieser Quellcode dann ausschaut. Das Gesetz ist aber gut. Das heißt, ich hoffe, dass die Software auch gut geschrieben wird. Sobald die öffentlich ist, werden wir sie prüfen. Und so wie immer, unser Verein wird sich äußern, wenn irgendwas im Magen ist. Und das Hauptproblem, was ich sehe, weil Sie von Sicherheit gesprochen haben, ist die Frage, wie das in der Praxis funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Weil jetzt waren wir alle wahrscheinlich schon mal irgendwie beim Wirten oder in einem Theater oder bei einem Konzert. Und ich weiß nicht, also bei mir ist es immer so, man muss fast die Kellner erinnern, dass man kontrolliert wird. Und wirklich geschult sind die nicht. Und natürlich ist es auch ein bisschen viel verlangt, jetzt von Ampuliteuren und Kellnern zu wissen, was die Fälschungsmerkmale bei einem Ausweis sind. Es ist ja nicht getan damit, dass man diesen Zettel her zeigt oder diesen QR-Code, sondern man muss ja auch dann den Ausweis überprüfen. Ob der Mensch, der vor mir steht, auch wirklich der ist, für den dieses Zertifikat ausgestellt wurde. Und da glaube ich, dass das in der Praxis nicht funktionieren wird. Sie sprechen jetzt aktuell diese 3G-Regel an, also geimpft, getestet oder genesen, die man ja vorweisen muss, wenn man zum Wirt geht, wie Sie gerade gesagt haben, oder auch wenn man ein Konzert besucht. Sehen Sie das dann auch bedenklich? Also Sie haben es jetzt eh schon mehr oder weniger gesagt, aber trotzdem, was bedeutet das dann in ferner Zukunft, wenn dann man beim Wirten sitzt und der das dann kontrolliert? Das würde sich ja wahrscheinlich in der Praxis auch gar nicht ausgehen, dass der Wirt von jedem einzelnen Gast dann immer den Ausweis kontrolliert oder auch den Namen oder was auch immer. Ja, also ich glaube, dass da eben viel Sicherheitstheater dabei war. Sie haben auch eingangs, glaube ich, die Politik zitiert oder Sebastian Kurz war der Erste, der das gesagt hat. Der Grüne Pass ist das Ticket ins normale Leben zurück. Das stimmt nicht. Es ist die Impfung, das einzige Ticket zurück ins normale Leben. Und der Grüne Pass ist vielleicht ein Wegbereiter und eine Brückentechnologie. Aber ich hoffe sehr stark, dass die Politik sich hier auch an die Ablauffrist dieser Gesetze halten wird. Und die ist mit Juni 2022 eh recht weit in der Zukunft. Ich glaube, dass wir das schon viel früher nicht mehr brauchen werden. Und ich hoffe, dass diese Systeme dann auch abgeschalten und die Daten gelöscht werden. Das ist etwas, wo wir ein Argus-Auge darauf haben werden, dass das auch passiert. Weil hoffentlich sind wir jetzt am Ende dieser Pandemie. Also wenn man von Virologen hört, die in dem Feld arbeiten, sagen die alle, wahrscheinlich schaut es gut aus, dass es das war. Ich bin nicht von dem Feld, aber ich würde mich freuen, wenn das so ist. Früher oder später werden wir diese Pandemie für beendet erklären können. Oder zumindest die Epidemie in Österreich für beendet erklären können. Und dann ist es ganz klar, wir müssen unsere Rechte zurückbekommen. Und das heißt auch nicht so wie in China. Ich setze mich irgendwo rein und muss mit einem QR-Code scannen und zeigen, dass ich da bin. Und natürlich auch die Gastro-Registrierung musste dann restlos beseitigt werden. Ganz einfach, weil sie nicht mehr notwendig ist. Weil der Staat nur dann in unsere Grundrechte eingreifen darf, wenn er einen Grund dafür hat. Und das ist nicht mehr verhältnismäßig, wenn die Gefahr nicht mehr da ist. Aber habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass jetzt wird der Grüne Pass eingeführt, dass wir den dann auf lange Sicht gesehen eh nicht mehr brauchen? Weil ich denke da nämlich jetzt gerade an Israel. Das war ja lange Vorbild jetzt, was den Grünen Pass betrifft. Jetzt haben sie sich wieder verabschiedet vom Grünen Pass, weil die Inzidenz quasi null ist, weil viele Menschen geimpft sind. Also wenn wir jetzt überlegen, auch bei uns werden jetzt immer mehr Menschen geimpft und die Inzidenz sieht eigentlich auch ganz gut aus. Glauben Sie, dass dann der Grüne Pass irgendwann sowieso per se ist? Ich hoffe stark und ich gehe eigentlich auch davon aus. Ja, Sie haben Israel als Beispiel genannt und ich glaube, so wird es in vielen Ländern sein. Ich meine mehr, wer will denn irgendwie die ganze Zeit mit Zetteln und mit QR-Codes hantieren, wenn er am sozialen Leben teilnimmt. Also das ist doch etwas, wenn wir uns ehrlich sind, wenn wir es uns aussuchen können, wollen wir das nicht. Am Ende des Tages muss man aber auch sehr ehrlich sein, dass diese 3G-Regeln sind natürlich jetzt auch gerade noch ein Anreiz für Leute, um sich impfen zu lassen. Weil ständig testen zu gehen ist ein Aufwand, ist mühsam und da hat man es einfacher, wenn man sich impfen lässt. Auf Covid-19 erkranken. Also die sind dann genesen irgendwann einmal. Zumindest sagen die Experten das. Insofern gehe ich auch davon aus, dass das Thema irgendwann sich hoffentlich selbst erledigt. Es ist aber so, dass es in den Gesetzen in Österreich ist es eben Juli 2022, nein, in Österreich ist es Juni 2022, auf EU-Ebene ist es Juli 2022, wo diese grünen Pässe eingestellt werden müssten. Und wie gesagt, das ist auch etwas, wo wir ganz genau drauf schauen werden. Weil zum Beispiel die Airline-Industrie, wenn sie an einen typischen Boarding-Prozess denken, da gibt es natürlich schon Bestrebungen der Industrie, diese Technologie zu einem Dual-Use zu machen und statt dem gelben Impfpass der WHO dann halt dauerhaft diese elektronischen Systeme zu verwenden. Aber das würden wir aus Datenschutzsicht wiederum klar ablehnen. Weil Sie das gerade angesprochen haben mit den freien Tests und man muss sich immer testen, wenn man irgendwo hingehen möchte, das ist natürlich auf Dauer schwierig. Also jeder, der jetzt unterwegs war in letzter Zeit, weiß, dass das aufwendig ist. Die Frage ist nur, wie wird es denn da dann auch weitergehen, weil Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat zum Beispiel einmal gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, dass diese Tests, die jetzt für alle frei zur Verfügung stehen, dann im Herbst eventuell kostenpflichtig werden würden. Das könnte natürlich dann schon so sein, dass das natürlich auch wirtschaftliche Einbrüche vielleicht mit sich zieht, weil die Leute sagen, bevor ich mir jetzt da einen Test kaufe, selbst kaufe und dann zum Wirken gehe, da esse ich lieber zu Hause und lade mir zu Hause meine Freunde ein. Da würde ich Gesundheitsminister Mückstein an das EU-Gesetz und Grün am Pass erinnern, weil dort haben wir auch aufgrund unseres Bestrebens es geschafft, dass gesetzlich klar verankert ist, dass Tests frei verfügbar und erschwinglich sein müssen. Wir haben es nicht geschafft, dass sie gratis sind. Aber die EU-Kommission hat 100 Millionen Euro für die Mitgliedsländer, für die Beschaffung von Tests zur Verfügung gestellt, nochmal 30 Millionen Euro für das Rote Kreuz, um Testungen weiter in europäische Mitgliedsländer zu bringen. Da hat man eigentlich an Bulgarien und Rumänien und Portugal gedacht, dass jetzt Österreich hier irgendwie eine komplette Kursumkehr macht, finde ich ein bisschen fraglich, weil, wie gesagt, es ist auch Teil des europäischen Systems, dass es diese Alternative gibt. Die drei Gs heißen ja auch, dass man die Wahl hat, ob man geimpft oder getestet ist, wenn man nicht genesen ist. Und ich halte nichts davon, diese Wahlfreiheit jetzt auf den letzten Metern einzuschränken. Dass man jetzt vielleicht manche der Tests, müsste man mal auch hinschauen, ob da die richtigen Preise bezahlt wurden und ob das alles immer mit ordentlichen Vergaben passiert ist. Da gab es ja auch Unstimmigkeiten, aber das wird ja wahrscheinlich ein künftiger Corona-Untersuchungsausschuss klären. Herr Lohninger, zum Schluss würde ich gerne noch über die Registrierung in den Lokalen sprechen. Es ist ja nicht nur so, dass man 3G vorweisen muss, sondern sich auch am Tisch mit einem QR-Code dort eben registrieren muss. Das kann man auch mit dem QR-Code oder auch händisch machen. Das Ziel ist ja eigentlich ein effizientes Contact Tracing. Also ursprünglich war es das mal geplant. Finden Sie das eigentlich bedenklich, wenn man da jetzt alle möglichen Stammdaten von sich preisgibt, nur damit man dort zu Abend essen kann? Also natürlich, wenn Sie jetzt einen Datenschützer fragen, ist es gut, dass man sich im Restaurant vorher registrieren muss mit allem? Nein, halte ich für ganz eine schlechte Idee. War es in der Krise verhältnismäßig, da müsste man mal wirklich Zahlen liefern? Also hat es wirklich im Contact Tracing geholfen? Wurden wirklich auch mal Restaurants oder Bereiche von Restaurants durchtelefoniert, weil es da einen Fall gegeben hat? Da bin ich selber sehr gespannt darauf, ob das Ganze uns wirklich was geholfen hat bei der Bekämpfung der Krise oder ob das auch wieder nur Sicherheitstheater war. Wenn man mich jetzt fragt, wie geht so etwas datenschutztechnisch sauber? Das ist auf jeden Fall machbar. Also das ist wieder so eine dieser Anwendungen, wo, wenn man sich die Zeit nimmt, kriegt man das sauber hin, entweder auf einer papierbasierten Lösung oder eben auch elektronisch. Da gäbe es Modelle, wie man diese Anforderungen sauber erfüllen kann. Nur, das ist halt auch leider nur in Teilen passiert, ja. Und ja, insofern, da gibt es in Deutschland eine enorme Debatte darum und ich kann nur so viel für Österreich sagen, sind wir froh, dass wir uns die erspart haben. In der Praxis war mein Eindruck immer, dass die Gastro-Registrierung sehr halbherzig in Österreich gemacht wurde. Deswegen wäre meine hauptsächliche Frage mal, was ist der Beleg für die Effizienz? Vor allem, wenn so eine Krise noch einmal kommt, dann wäre es sehr gut, wenn wir wissenschaftlich aufarbeiten, was wir jetzt für Maßnahmen gesetzt haben und was die auch wirklich für einen Beitrag geleistet haben. Herr Luhninger, vielen Dank für das interessante Gespräch und danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Immer sehr gerne. Und danke auch an Sie zu Hause, liebe Zuseherinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Nachgefragt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020